Achtung! Die folgende Präsentation enthüllt verblüffende Erziehungstipps für Hunde und ist ausschließlich für Hundebesitzer und Besitzerinnen gedacht, die mindestens eins der folgenden Probleme mit ihrem Hund haben. Ihr Hund zieht an der Leine, die Begegnungen mit ihrem Hund sind nicht gerade angenehm, ihr Hund kommt nicht sofort zurück, wenn sie rufen oder ihr Hund geht jagen und wildern. In der Präsentation wird Ihnen die exakte Methode verraten, die bereits von unzähligen Anwendern genutzt wird, um die Probleme mit ihrem Hund zu lösen und die auch Sie ab sofort nutzen können, um die Probleme mit ihrem Hund zu lösen. Untertitelung des ZDF, 2020